So, herzlich willkommen nochmal zur nächsten Folge Conan Exiles mit dem Kampfwoll. Hallo, der Kampfhölfin. Hallo, Foxy. So sieht das aus. Tja, die erste Folge war ziemlich witzig. Schon ein bisschen geklopft und etwas verhungert. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier weiterkommen. Immerhin behält man ja mal die Attribute und die Rezepte. Ist ja schon mal was. Bist du gesättigt? Flagerfeuer leer? Flagerfeuer ist leer. Dann schauen wir aber jetzt mal, dass wir wieder zurückkommen zu meinem Rucksack. Oder wie immer das heißt. Ansonsten würde ich sagen, jo. Auf zum Campfire, ne? Hast du schon ein Bett gebastelt? Ich damit. Dann wäre das vielleicht die Möglichkeit, dass wir dann nochmal an dieser Statue, wenn wir dort ankommen, wieder nochmal sein Bettchen hinstellt. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wo war das? Das war im Moment. Ah. In die Richtung müssen wir. Lustig. Und das ist ja schon ein ganz kleiner Weg da drüber. Hier sind wir eigentlich runter. Da waren diese vier, fünf Fösen. Gucken. Da war es noch ein ganzer Weg. So. Ah genau. Trinkbeutel müssen wir noch basteln, ne? Du brauchst erst mal Tierhaut. Genau. Also diese kleinen Rocks da, die bringen ja genug Haut. Müssen wir nur mal erst diese Steinmesser freischalten. Oh, da kommt jemand drauf. Mist. Schlecht. Das war knapp. Fasten noch. Ja. Fast 60 Prozent Energie verloren und in der Große kommt jetzt auch noch an die Krode. Und ich hab... Können wir es da mehr machen. Oh, sie jagt dich aber nicht. Ja, ich seh's gerade. War sehr lang. Ist halt jetzt noch ein bisschen ungünstig. So. Kann die kaputt. Wie geht man nochmal die Deckung so? Ach Gott. Das dauert ja eh. Ich muss da nehmen mal erste. Nein, ich hab schon wieder so'n kleiner. Ich muss mir jetzt erst mal wieder mit V. aus. Äh. Steine. Mir fehlen. Hast du noch Steine? Hab ich Steine. So. Zwölf. Dann kann ich mir eine Axt basteln. Und dann kann ich mir eine Axt basteln. Da hast du 36. So. Thank you. Thank you. Okay. Okay. Flats. Wasser, wo bist du? Ja, langsam wird's wieder Zeit. Ich mach mal hier. Hier, 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 hier. Was denn? Okay. Hmm? Oh. Wir müssen auf jeden Fall noch... ...da links rüber. Das wird ja so großartig. Zwirn, 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 Zwirn. Ah. Noch mehr Zwirn. Kannst'n paar sagen. Genau. Vielleicht das noch so großartig? Oh-oh. Wollen, wenn du sie nicht schlimm möchtest. Super! Ich hab... Na toll. Die Hälfte der Schläge ging auf den Baum. Das war super. Soviel zum Collision-Modell. Komm, wir müssen runter zum Wasser. Ja. Kannst du was reparieren? Dursten wo? Äh, Wasser ist direkt vor uns. Wo ist das denn? Ja, direkt hier vorne. Hier einfach nur den Hügel runter. Wo ist denn jetzt schon wieder? Hm? Ich geh erst mal zum Wasser, sonst verdurstig, ey. Oh, da unten sind zwei Feinde. NPCs. Wo immer du schon wirst. Ich seh schon wieder... Beim Wasser. Er ist ruckelt krank. Ich weiß nicht, wie das Wasser ist. Du hättest einfach nur grad auslaufen müssen. Ja. Ich bin orientierungslos. Verloren in der Richtung. Ja, man merkt. Ja. Das ist schlecht. Äh, hä? Äh, du rennst in die komplett verkehrte Richtung. Na gut, du wirst nicht. Rennst in komplett verkehrte Richtung. Du bist gleich wieder mitten in der Wüste. Ich sag doch, ich hab keine Ahnung, wo du bist. Du musst komplett in die andere Richtung rennen, ne? Du rennst immer weiter weg von mir. Ich weiß nicht, wo du bist, verdammte Hacke. Hinter dir! Wie, hinter mir? Ich seh ja hinter mir nix, außer Kiecher. Ja, du... Ja, da muss aber durchlaufen. Du renst immer weiter weg, ey. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich steh dir direkt an der Felswand, ey. Das ist ja prima. Ich renne jetzt in die Richtung, in die wir müssen. Wenn du nicht zu mir rennst, dann... Ich weiß nicht, wo du bist. Ich seh nicht noch nirgends. Ich seh nicht noch nirgends. Ich bin direkt hinter dir gewesen. Du hättest einfach nur geradeaus zurücklaufen müssen. Ich weiß noch gar nicht, wo hier zurücklaufen ist. Ich weiß noch gar nicht, wo hier zurücklaufen ist. Also ich bin jetzt in die Richtung, äh, nach links, nach Westen. Und du bist jetzt nach Osten, oder wo? Komm nirgends wo mehr hin. Ich kann mich nicht mehr bewegen, weil du zu weit weg bist. Ich weiß vor allem nicht, wo du bist. Ja, unten am Wasser. Ja, unten am Wasser. Ich bin jetzt... Ich hab jetzt auch Wasser vor mir. Bleib einfach mal stehen. Jetzt kann ich mich wenigstens halbwegs wieder bewegen. Ja, dann kann ich wenigstens zu dir kommen. Also ich bin jetzt auch am Wasser. Ja, bleib doch einfach mal da stehen, wo du jetzt stehst. Ich steh ja. Ich steh genau neben dem Feuer von den zwei Amazonen. Die werden mich gleich abschlachten. Ja, jetzt seh ich die. Ah, da... Das ist doch kacke ohne Orientierung hier. Wenigstens ein Kompass oder sowas. Ja, orientieren muss ich halt selber. Und jetzt rennen wir aber in die richtige Richtung nach... Nach darüber. Also so wie du jetzt stehst, quasi gerade aus. Rechts an diesem großen Feuer da vorbei, an der Feuerstelle vorbei. Dachte, du wolltest zu de... deiner Leiche? Ne, ja. Das ist ja, die ist ja da. Die Leiche ist ja da, wo dieses riesengroße, äh... Warte. Die ist da, wo die große Statue ist. Ja, auf der anderen Seite. Und die Statue, die ist, ähm... Jetzt... Direkt links neben uns. Genau, da lieber. Ja, da ist doch. Oh, 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 die... Das ist schlecht. Richtig. Ähm... Wie schön, Wasser, wo? Ich auch. Aber leider kann man die nicht anhängen, aber... Was in der Art. Ich bin noch ums Porrolier rum. Ja. Hoffentlich sind die noch mehr Porrolier, die hier im Wasser. Ich hab' keins gesehen. Ich geh' ja schon wieder hin. So, und wie krieg' ich jetzt... Wo ist jetzt mein Spektrum? Ich hab' da noch mal gesehen. X aber! Da liegt schon deine Leiche. Ah... Das sieht aber nett aus. Wallah, die Weife. Das ist ja die Weihnacht. Da könnte man jetzt fast ne Kiste bauen. So. kann man die auch noch krass ist das denn ich kann mich selbst verlegen ja kannst du ist ja mal ziemlich psychisch so jetzt fett im bau damit wir auch gleich an die stelle gespawnt werden so na super das geht natürlich auch nur so ich hab jetzt mein bettchen hingelegt ähm da müssen wir auch schon gleich was putzeln fleisch fetzen jetzt schon fleisch 96 ok was kann man menschen vielleicht nicht auch gerade hätte man sich nicht selber ist warum nicht Das ist aber blöd. Okay. Das ist aber witzig. Ich kann es zwar aufnehmen, aber nicht erst. Ach, noch so ein kleiner... Also wenn, dann will ich schon Karnibalismus. Puh, also wenn schon, dann richtig. Ja. So. Also müssen wir jetzt mal erst was essen. Äh, noch was essen? Noch so ein kleiner. Aber ja, du Stimme. Und ja, jetzt ganz... Ich hab hier noch sieben Fleischfetzen, die halten nicht mehr lange. Warte doch. Bring ich mir mal vorbei. Wo bist denn du jetzt da hinten immer? Warum willst du mir die Fleischfetzen vorbeibringen? Weil die gleich nicht mehr genießbar sind. Und dann ist es eh Abfall. Äh, ich brauch aber gar nichts zu essen. Ist das voll mit Essen? Ja. Hast du denn Hunger? Nein. Das ist schlecht. Aussehen mal wie ich selber noch fünf Fleischfetzen. Na super, ich hab jetzt noch 5,1 Qualitäten, dann sind sie weg. 4,7. Nö, dann sind sie halt... Sind bald fort. Was ist denn? Wie sieht dein Plan aus? Oh, da hinten sind zwei. Da hinten sind zwei am Lagerfeuer. Das ist schlecht. Ähm, ich würd mal sagen, ich brauch dieses komische Steinschwert, ne? Weiß ich nicht, ob du das brauchst. Früher oder später wirst du es wohl brauchen. Wärst du denn schon lieb, also... Also ich hab schon eins. Super. Jetzt sind gleich mit dem Samurai-Schwert rum und ich mit der Steinaxt. Was brauch ich denn dafür, oder? Ähm... Dann mach ich das doch auch mal freischalten. Okay. Das ist aber hier. Okay. Das werden brauch ich wieder. Was hier. So. Jippie. Dann krieg ich auch gleich mal so'n Teil. Hallo? Na prima. Ich kann mich selbst kloppen, aber nicht den Stein unter meinen Füßen. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja. Ja. Super. Genial. Hier, was macht man nur? Als nächstes. Ahnung. Was? Weiter sammeln und bauen und... Dann wollen wir mal ne Kiste bauen, um mal ganzes Zeug da reinzulagern. Sonst, äh, weil ich bin jetzt schon immer... Ich bin schon im gelben Bereich, was ich mit mir schleppe. Auch. Dann würden wir ne Kiste mal da hinstellen. Und dann hätten wir mal etwas weniger Gewicht mit. Wie geht denn das hier? Kiste? Hallo? Oh, kann ich mal nicht klappen? Ich bin echt ätzend, äh. Kannst du schon ne Kiste machen? Ja. Jetzt bin ich... Jetzt ist nur die Frage, wenn du die craftest und hinstellst, krieg ich wahrscheinlich keinen Zugriff. Was war denn das jetzt? Achso. Kleiner Frechdachs. Sieht aber sehr martialisch aus der Entfernung. Ach, guck mal da. Ganz viele Äste. Also im Prinzip müssen wir eigentlich nur kloppen, sammeln, kloppen, sammeln, kloppen, kloppen, sammeln. Etwa. Und dann kriegen wir es mal nach und nach Pünktchen. Das ist mal lustig. Langsam wäre ich aber sehr schwer. Ähm. Was? Wieso habe ich jetzt ein Lebensmittelvergiftung? Irgendwelches gammeliges Fleisch? Verflaguliert? Das ist nicht vor, aber... So, ich müsste mal das Menschenfleisch hier loswerden. Das nervt nämlich irgendwie, braucht das kein Mensch, weil ich es eh nicht essen kann. Dann ist es einfach weg. Ich schmeiß das jetzt hier mal unter die Palme. Ach nee, Mist. Ach, das ist doch kacke. Ich habe jetzt eigentlich nur wollten auswählen zum droppen und dann hat er es genommen. Ich habe jetzt auch Lebensmittelvergiftung. Das ist also das Problem. Man kann das Zeug nicht droppen. Man muss dann erst mal draufklicken im Inventar und dann auf draufklicken. Was für ein... Scheiß. Sehr unwinnig. Das erklärt auf jeden Fall, warum ich jetzt auch ein Lebensmittelvergiftung habe. Prima. Ja, ist klasse. Ich schaue mal kurz ein paar Eier. Ja. Ja, aber es ist ein Glück, dass ich noch vollen Lebensbalken habe. Hatte. Jetzt ist er nicht mehr ganz so voll. Ähm... 29 Tierhaut habe ich jetzt. Okay. Kann ich ihm jetzt endlich die Kiste? Nee, noch nicht. Was kann man machen, damit diese... Ähm... Wissenspunkte entstehen? Gibt es da irgendeinen Trick, dass er schneller geht? Einzigste Trick, um XP-Punkte zu machen, ist halt Sachen craften. Okay. Dann sammeln wir noch ein bisschen Pflanz und Faser. Falls ich was kummel. Das wird schwierig. Hier ist nicht so viel mehr. Ja, die Gegend ist sonderlich toll. Hallo, ihr Pflanz. Ich hoffe, das ist alles gut. Da ist nix mehr. Dann ist das Brudel wieder. Auf der Insel bist du jetzt auch schon durch. Da ist eigentlich nix mehr, an mir da. Rästchen. Also eigentlich müssten wir da mal gleich irgendwann versuchen, die in diesem anderen Lager da wegzumetzeln. Die können uns nämlich gefährlich werden, die sind so dicht dran. Der schreit. Der schreit. Das war ja. Aber... Da spielst du wieder mitm Kleinen. Ja, hat mich irgendwie sehr anhänglich gefunden. Keine Lebensmittel-Infektion. 15% sind schon wieder weg von der Lebensmittel-Verbindung. Ist komplett weg. Also auf Deutsch, auf jeden Fall nie die Zahl auswählen, wenn man irgendwas im Württel hat, was gammelig ist. Das habe ich noch. Oh, Pflanzenfasern wollte ich. Stimmt, Pflanzenfaser. Ein Holzschild können wir auch noch basteln, ne? Ich mache mir jetzt zuerst mal hier eine Rüstung. Es hat auch Zeit, dass du dich endlich mal anziehst. Genau, ne? So langsam aber sicher. Das dauert jetzt ein bisschen. Dann kann man gleich wieder Pflanzenfaser sammeln. Ach. Wo wir sind hin gehobst. Die andere Seite wieder ins Grün. Pflanzenfasern dran zu kommen. Wo die anderen hier Lager haben. Ja, auf die Seite. Da hoffst du ja schon wieder so schief, wie du da bist. Ja, ja. Ja, ja. Ja, klar. Was macht man eigentlich mit diesen fetten Würmern, die da auf dem Boden rumkriechen? Kann man die irgendwie essen oder so? Ah, die kann man aufnehmen. Fettraupe. Ich erinnere jetzt so ein bisschen an den Dunkelcamp. Ja. Voll jetzt brauchen wir. Ähm, sind wir jetzt eigentlich im gleichen Clan? War noch nicht. Ich glaube, es kriegt die Christen Würmernbastels nicht vor. Da hast du wohl recht. Machen wir das auf dem gleichen Clan sind? Das wüsste. Und welchen bist du denn? Gar keinen. Da gibt's doch im Hauptmini gibt's doch den Punkt, äh, Clan. Da müsstest du irgendwo mit beitreten sein oder so? Gibt's doch aber nicht. Was kann... Hauptmini Punkt Clan? Ja, ich kann nur einer Stelle, ich kann keinem Beitreten. Echt? Aber wie hast du den Clan genannt? Kampoli. Ja, weil den... Ich kann den nicht beitreten. Echt jetzt? Ja, das ist ja mal witzig. Ich kann den nur erstellen. Ich kann nur einer stellen. Geil. Dann keihal. Das ist ja mein... Oh. Immer noch keiner. Oh, hier schon ziemlich... Klar ein Einladen, ne? Ja, wäre sinnvoll, ne? Wenn das geht. Geht ja auch garantiert. Frage ist halt nur wie. Ja, nein, ich... Was wohl soll ich Fleisch essen? Oh, oh, schon wieder Lebensmittelvergiftung? Noch nicht, aber... Vielleicht gibt's da irgendwie mit den Samen eine Verwendung, dass man das... Da steht jetzt aber auch nix. Da steht noch kleine Samen. Im Land der Verdammten. Na super. Da könnte jetzt stehen, wenn sie diese Samen zermatschen und Tee draus trinken, dann geht ihre Lebensmittelvergiftung weg. Das wär doch was. Was ist das hier für ein Riesentier? Aloe-Blätter! Uh! Was gibt's da? Aloe-Blätter? Na toll. Stacheligende Pflanze mit heilenden Eigenschaften. Blätter... Blablablablablablablabla toll. Super Beschreibung. Ähm... Wo bist'n jetzt? Ah, dahin. Etwas ungewinnig ist, dass da... Ich bräuchte jetzt noch für die Kiefer. Das war um das Punkt, aber mir geht das einfach nicht. Gut. Unsichtbar, Mann, das ist ja echt ätzend, ey. Machen wir mal mit uns führen. Tio. So ein Kilometer wär ja schon mal nicht schlecht, ne? Wohl... 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 So? Ich hab hier nix. Hier! Ach, der ist ja dabei. Ach, du Scheiße! Alligator! Ich dachte noch, dass wir ein komisches Geräusch haben. Das geht jetzt schlecht. Ich hab gerade einen Alligator an. Kuckuck! Ich dachte noch, dass wir ein komisches Geräusch haben. Ich hoffe mal, der schwimmt nicht schneller als ich. Der kommt in die Schuhe! Irgendwann hab ich ihn jetzt erfolgreich von der Insel weggeloggt. So kann man's auch sehen. Das ist ja prima. Das ist ja prima. Das ist ja schwierig mit dem Auge aufzütteln. Wie ist denn? So. Prima. Den könnte ich jetzt auch mal noch reparieren. Dann mal wieder zum Leiberbeuer. Mir fehlen noch Pflanzenfaser ganz viel. Ich muss mal pflanzen können, die Pflanzenfaser. So, was haben wir denn hier? 8,2 Prozent, na super. 33, das ist ja prima. Mal los. Brauchst du noch was zu essen? Ja, hab ich selber noch genug. Tja. Dann haben wir wahrscheinlich sehr viel... So, wie kann ich denn das jetzt tropfen? Das ist auf jeden Fall Abfall. Wir bräuchten so einen Mülleimer. Einfach nur, dass ich irgendwo zu tauchen werde. Das wird... Irgendwas. Na super. Das vergabelt einem... ...unter den Kuro-Wenkel. Da braucht man davon ja auch nicht tonnenweise sich... ...wann zu wählen. Definitiv. Das macht keinen Sinn. Tja, ich bräuchte Pflanzenfaser. Ach, 20. Das ist ein Schiss. Hm. Wo bist'n du jetzt? Da. Wo geht man jetzt hin? Die hat man zu fahren. Ahnung. Irgendwoll nix. Sieht ein bisschen rar aus, diese hier. Ähm. Tja. Da hinten sieht ziemlich grün aus. Da, wo das Monsterchen da am Ufer ist. Mit den Palmen, den Kurs und irgendwas. Naja, dahinter. Dann gehen wir mal dahin gucken. Bleibt ja nicht übrig. Hier ist ja nichts mehr. Ich bin aber fast ziemlich voll beladen. Äh, was haben wir denn hier schweres? Hm. Hm. Tierhaut. Okay, hab' ich 60. Holz. 100. Ähm. Das darfst du nicht mit dem Alligator. Jetzt. Oh, das Geld da hilft, ne? Ich hab' Ich hab' noch mal eine Konsequenz. Ich hab' Nö. Ich hab' W- 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 kann sich irgendwann nicht mehr bewegen auch nachvollen weil es ja auch was wiegt denn hier so viel holz 13 ok das holz wiegt zu viel da ja 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 ich bin der Stufe aufgestoßen auf dein Glück so was machen wir denn jetzt jetzt nehme ich mal die Kiste und dann können wir eine Kiste und dann können wir eine Kiste jetzt gibt es wieder hier dann haben wir mal zwier da haben wir noch sehr viel ist das ein Hase? ist das ein Hase? mhm also laufen die auch rum der ist für allem riesig groß wow und der bleibt sitzen das ist immer krass ein rr ein riesen rambler oh da hinten ist noch ein Lager da ist ein riesen Baum das sieht aus wie eine Person ne ne zwei glaube ich gleich bin ich ran voll das ist schlecht so Kiste ich brauche eine Kiste platzieren soll man uns mal auf der Karte gesehen so nach Westen bewegen und dann ein Lager nach dem nächsten bauen ups haben wir ja dann würde ich nämlich jetzt hier gleich mal noch was hinspeilen so so Kiste platzieren geht das hier ja äh Zeit oh Zeit genau ist ja wieder soweit am Ende einer Folge das war jetzt die Folge Nummer 2 und würde mich freuen wenn ihr nochmal dabei sein werdet bei der nächsten Folge da werden wir jetzt uns Richtung Westen bewegen dann mal bis zum nächsten Mal Tschüss oh